Heute seht ihr den Schuss des Monats für den Januar 2016. Gewonnen hat der Miezi-Schuss. Schwierigkeitsstufe 3 von 5. Und so beginnt er. Der Ball wird auf die Dreierreihe unter die Stange gelegt, eine Außenpuppe, und die Außenpuppe fängt an, um den Ball rumzukreisen, sodass der Gegner denkt, er wird einen Slingshot schießen. Und nun geht's schon los. Spielt ein Tic-Tac-Pass von der Außenpuppe in die Mitte und auch gleich wieder zurück. Danach folgt ein sehr langer Tic-Tac über die ganze Breite des Felds an die gegenüberliegende Bande. Wenn der Ball zurückbreitet ins Feld hinein, schießt ihr mit der Außenpuppe ins kurze Eck. Bis zum nächsten Mal.